Wenn man merkt, dass das Smartphone langsamer und träger funktioniert, liegt es meist daran, dass viele Programme im Hintergrund laufen. Wie man sieht, welche Programme da laufen und wie man diese schnell beendet, zeige ich euch jetzt. Um laufende Programme schnell zu beenden, hält man einfach den Homebutton lange gedrückt. Hier hat man dann eine Art Taskmanager, in dem man zum einen schnell zwischen den laufenden Programmen switchen kann und außerdem kann man die Programme durch einfaches Wischen nach rechts schließen. Hier gibt es noch die Option, alle Apps auf einmal zu beenden. Es ist wichtig, die Apps regelmäßig zu schließen, denn wenn viele Programme im Hintergrund laufen, geht das natürlich zu Lasten des Akkus. Weg. Vielen Dank.